Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Höffi Show. Ron, es ist unschwer zu erkennen, du hast uns eine Lampe mitgebracht. Genau, und zwar eine fünfflammige Bogenlampe namens Trendy. Sehr, sehr hochwertig verarbeitet und sehr günstig. 129 Euro kostet die Lampe, die eigentlich fünf Lampen sind. Das ist richtig. Also fünf Lampenschirme mit fünf Leuchtelementen, die sich individuell beziehungsweise die Schirme lassen sich individuell austauschen. Und schick sind die. Das sind ganz tolle warme Farben und da kommt das Licht so schön durch. Also sieht wirklich sehr toll aus. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön in dezenten braun- und beige Tönen gehalten. Jetzt hast du gesagt, dass sich Trendy auch verschieben lässt. Also was kann ich denn da individuell einstellen? Genau, also diese einzelnen Arme hier lassen sich natürlich individuell einstellen. Dann lassen sich die Schirme selbst 90 Grad Winkel nach oben oder nach unten. Also je nachdem, wenn man am Sofa sitzt oder wenn das Ding an der Wand steht, lassen sich damit auch Bilder illuminieren. Einen Schirm könnte man dann theoretisch zu einer Pflanze, zu einer Zimmerpflanze hindrehen. Da ist eine E14er Fassung verarbeitet. Dementsprechend lassen sich unterschiedlichste Lampen anbringen. Für die Pflanzenlampe zum Beispiel eine Tageslichtbirne, ansonsten LEDs oder je nach eigenen Wünschen. Ja, obwohl ich das so eigentlich ganz schön finde, weil es gibt so einen ganz warmen Touch, also wirklich sehr gemütlich. Und weißt du Ron, was mir auch noch aufhält? Sorry, wenn ich nicht unterbreche. Was glaube ich richtig spannend wäre, wir haben ja unser Zimmer so ein bisschen eingerichtet. Man kann die Lampe ja ganz easy unter die Couch schieben. Das heißt, sie steht nicht im Weg, weil der Fuß unter der Couch ist. Genau. Und hier kommt dann einfach das Gestell hoch und so kann man sie dich auch ganz prima über die Couch positionieren zum Lesen oder so. Finde ich super. Also da wurde wirklich mitgedacht. Der Fuß von der Lampe wurde so angebracht, dass der Hauptfuß wirklich unter dem Super verschwindet. Ja. Keiner drüber stolpert. Ja. Auch der Schalter ist sehr, sehr bequem zu handhaben. Hier klick. Ich drehe einmal drauf. Dieser Fußschalter lässt sich da positionieren, wo man ihn gerne hätte. Und somit ist kein wildes Suchen, wo ist der Schalter oder muss ich bücken oder irgendwo am Kabel entlanghangeln. Also das ist schon echt durchdacht. Und man kann eigentlich auch auf die Deckenlampe verzichten. Ich habe bei mir zu Hause keine Deckenlampe. Ich habe also wirklich auch viele Leuchten im Raum stehen. Ich finde es einfach ein bisschen schöner, weil das Licht eben nicht immer so von oben kommt, sondern von der Seite. Das ist ganz toll. Macht wirklich eine tolle Stimmung. Und sag mal, wenn ich jetzt die Schirme austauschen möchte. Sagen wir mal, einer geht kaputt und dann ein Fleck kommt drauf. Geht das? Ist gar kein Problem. Die Schirme lassen sich austauschen. Die Schirme lassen sich einzeln. Tatsächlich, wie gesagt, wenn man möchte, dass der braune Schirm hier drüben ist, einfach ausdrehen und anschrauben wieder. Das lässt sich wirklich mit zwei, drei Handgriffen erledigen. Super. Tolles Produkt. Kannst du nochmal ganz kurz ausmachen, weil ich finde, man sieht hier eigentlich im ausgeschalteten Zustand diese schönen, kräftigen Farben. Also dieses Braun und hier so ein bisschen dieses Beige. Und mach nochmal ganz kurz an. Wir haben jetzt natürlich ein paar warme Leuchten mit drin und jetzt hat das alles so einen richtig schönen Honigton. Es ist so warm und gemütlich und sieht wirklich sehr schön aus. Also wirklich toll. Und das finde ich echt nicht so gut. Verbreitet wirklich unglaublich Gemütlichkeit. Absolut. Ja. Was haben wir hier für ein Material rund? Der gesamte Korpus ist hier aus Metall. Die Schirme sind mit Baumwolle umspannt. Kunststoff innen drin, was der Reflexion dient und der Stabilität. Wenn man da nur so eine Baumwollhülle hätte, dann würde sie so runterhängen wie eine alte Socke. Nicht so schön. Liebe Zuschauer, Trendy können Sie natürlich wie immer bei uns im Höfner Möbelhaus kaufen oder Sie rufen einfach die Hotline an oder Sie besuchen unseren Online-Shop. Da können Sie Trendy natürlich auch bestellen und kaufen für den phänomenalen Preis von? 129 Euro. Genau. Ich finde die wirklich ganz cool. Gefällt mir. Schönes Produkt braun. Auf jeden Fall. Schön auch, dass du heute da warst. Hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zusammen das Produkt vorzustellen. Ich hoffe, du kommst bald mal wieder. Sehr gerne. Und wir beide bedanken uns ganz herzlich, dass Sie eingeschaltet haben. Nächste Woche gibt es natürlich eine neue Folge der Höfi Show mit einem richtig super coolen Produkt. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.